Echt? Ach du Scheiße. Es war mir gar nicht klar, dass man da weggehen muss. Aber da sollte man eigentlich sich schon denken, wenn man sich diesen Klonleuchter aus Schwert an da anguckt oben. Hab ich den oder nicht? Ja wunderbar, wunderbar Leute. Und diese ruhige Halle verwandelt sich in einen beschissenen Albtraum. Alter, ich hab... Alter, was laber ich hier? Ich hab immer noch keine Utzi oder irgendwas. Muss ich hier irgendwo... Ich meine, ist das nötig? Kann ich nicht da einfach wieder zurück? Ja, ganz doll Leute. Oh Gott ey, das wird jetzt hier echt ein grosses, grosses Trauerspiel. Aber ich werd versuchen, hier erstmal hochzugehen. Und da gibt's vielleicht auch noch was Nützliches. Oh Gott ey, das passt doch gar nicht von der Höhe! Das passt echt nicht von der Höhe. Versteh ich jetzt nicht, was das hier soll. Na grad mal so eben. Passt das. Äh... Okay, da ist... Da kann ich auf jeden Fall hin. Das ist ein grosses Medi-Back, Leute. Achso, sehr schön. Hätte ich schon fast wieder vergessen. Hm... Da ist ein Medi-Pack. Naja. Aber jetzt muss ich wieder warten, bis diese verkackten Schwerter sich da bewegen. Kein Kontrollpunkt, ne? Oh Mann. Noch. Das gibt's nicht! Oh gut, dass hier ein Kontrollpunkt ist. Aber das gibt's doch echt nicht. Naja, am Schwert kannst du ihn nachstecken. Damokless. Oh Gott. Hier muss man echt ein ruhiges Händchen haben. Die hier auch noch. Ich sollte jetzt vielleicht zuerst wirklich die Schwerter hier auslesen. Damit ich... Und keinen Kontrollpunkt, ne? Ist klar. Gott, das gibt's doch nicht, dass ich keinen Kontrollpunkt dahinter machen. Das gibt's einfach nicht. Entwicklerschweiger. Echt, dass da kein Kontrollpunkt dahinter ist. Ich versteh das nicht. Wieso dreht sich die Kamera jetzt plötzlich? Ich meine, das Kolosseum, was hier hinterkommt, ist nicht mehr ganz so... Ne. Ne. Ich geb' das auf. Das hab' ich... Wieso hab' ich mir überhaupt dieses Let's Play angetan? Da muss man nicht schon mal so Hiss sein. Ja, klar. Ich geh's wieder hoch, du Schwert. Toll. Ich kotzt da so an, ne? Ja. Halt die Kamera so. Zippe. Das ist ja alles knapp hier. Wenn man einmal entgegenläuft, dann... Äh! Äh! Oh. Nix für mich hier, glaub' ich, das Let's Play. So dämlich, wie die sich hier steuern lässt. Das ist einfach traurig. Weg hier. Nee. Das bedarf kein Kommentar mehr. Das ist einfach nur noch gebärmlich. Ich hasse dieses Spiel. Nein. Ich hab's eigentlich schon wirklich immer gehasst. Und aus diesem Hass mach' ich auch ein Let's Play dafür. Dazu. Na komm, du Nucke. Entschuldigung für meine Ausdrücke, aber ich kann echt... Ich bin seelisch aufgerieben. Oh Gott. Oh Gott. Soll ich jetzt die Schwerter auslösen oder nicht? Eigentlich sollte ich das echt machen, ne? Man sollte echt die Schwerter hier auslösen. Oh Gott. Ja, man... Eigentlich geht das mit den Schwertern. Oh. Danke. Natürlich. Das wird hier nicht aufgelöst. Wie nah soll ich denn dran? Oh Gott. Weg von diesen Stachen. Noch einer. Und? Wo ist der letzte? Oh. Gott sei Dank, Leute. Kontrollpunkt, bitte. Kontrollpunkt. Immer noch kein Kontrollpunkt. Echt, die Kontrollpunkte hier. Hä? Also. Also erstmal schnapp' ich mir... ...das Medi-Pack. Das brauchst du sowieso nicht zu machen, Lara. Statt weiter und kannst du mich damit nicht mehr... Ich... Du hast sowieso bei mir voll verschissen. Interessant. Wie komm' ich denn jemals da hoch? Hm. Ach, diese tausend Tode, die man hier in diesem Spiel sterben muss. Ich versteh' nicht, wie ich jetzt... Achso. Okay. Gut. Ich will auf jeden Fall das Medi-Pack da haben. Wo muss ich überhaupt hin? Oh Gott. Ach du Scheiße. Was war das denn? Leute. Ich kann nicht mehr. Das war so dämlich. Nee, das bringt mir gar nix hier. Oh. Hä? Wie hab' ich das geschafft überhaupt? Ach, das hab' ich doch hier so gemacht. Ja, ich weiß, ich weiß, ich bin so blöd. Ach, wirklich gnädig, Lara. Danke, dass du dich da festgehalten hast. Du bist wirklich die Beste. Soll ich mir das Medi-Pack jetzt holen oder nicht? Ich weiß nicht, wie das lohnt überhaupt dafür. Und auch hier laufen. Genau. Wieso bin ich überhaupt auf die Blöde? Ach. Ach, das ist hier jetzt noch schön umdrehen in der Luft. Ja. Ach, danke, du Zippe. Ach du Scheiße. Da hat sich aber echt Damokless... Da hat sich echt Damokless eine Menge hier ausgedacht. Um denjenigen, der den Schlüssel findet, bloß nicht überleben zu lassen. Aber gut, ich glaube, das war's jetzt soweit. Ich glaube, das war's jetzt soweit. Mit Damoklessa kommt schon. Wunderbar. Dann haben wir noch eine Kammer. Ist ja auch noch eine schöne Überraschung. Vielleicht eine Tür, die mich jetzt hier schlägt oder irgendwas. Na gut. Wenigstens das. Na gut. Gut. Und wie hieß nochmal der Letzte da? Das Letzte? Nee. Wie hieß nochmal dieser... Poseidon? Poseidon haben wir schon. Damokless haben wir jetzt auch. Und wie zum Teufel komme ich hier überhaupt raus? Das ist natürlich so tief, dass ich das als letztes nehmen soll, ne? Oh Gott. Oh nein. Das ist glaube ich irgendwie so ein Gott des Stroms oder was? Gott. Ein Gott des Stroms. Keine Ahnung wie der hieß. Ich bin nicht so bewandert in griechischer Mythologie. Aber auf jeden Fall der Stromgott erwartet uns hier noch. Aber ich glaube das war nicht ganz so wild. Ich habe das glaube ich nicht ganz so schlimm in Erinnerung. Wie diese Dinge. Also Damokless glaube ich schießt hier eh den Vogel ab in San Francis Foley. Oh nein. Äh. Erreicht das hier wenn ich so mache? Natürlich. 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 So. Oh Gott. Ich weiß jetzt gar nicht. Muss ich... Achso. Ich... Wo muss ich noch hin? Das ist bestimmt ganz oben, ne? Ich glaube bestimmt hätte ich da wo ich hätte als letztes hinkommen sollen. Poseidon. Hefasteos. Ich sehe das gar nicht. Wollt ihr mich hier verarschen? Atlas. Ich habe die doch alle schon durch hier. Ne. Hefasteos habe ich noch gar nicht, oder? Ich habe... Atlas. Ne. Da ist ja das... Die Planke ist ja eingezogen. Stimmt. Das müsste er noch da rausfahren. Achso ist schon. Okay. Oh Gott. Gott ey. Komm ich hier dran? Wann komme ich da überhaupt hoch jetzt? So schon mal nicht. Oh nein. Und schon wieder ganz unten. Das gibt es nicht. Ey. Das gibt es echt nicht. Kontrollpunkte. Echt. Tag hier mal ein Echter. Okay. Je öfter man das hier macht, desto eher kann man ja üben. Aber wenn man schon geübt ist, dann ist der Level auch vorbei. Ich muss ganz nah oben ey. Dann gehe ich jetzt auch ganz nach oben. Hm. Dann gehe ich mal so hoch es geht. Und ja. Du bist so blöd, ne? Du kannst dich nicht mal in eine... Oh. Du bist echt blöd. Ach Lara. Hephaistos. Hephaisteos. Genau. Hephaistos. Meine Aussprache ist auch... Leidet auch ein bisschen. So. Und immer noch kein Kontrollpunkt, ne?